Wenn nächstes Mal wieder so viel Glück haben, des... Mach dich an den Rest des Chips. Und was dich angeht, wenn du wieder mit uns arbeiten willst, lass es mich wissen. Um kristallklar zu sein, wenn du bei der Verwendung der Daten irgendetwas über das Institut erfährst, sagst du es uns zuerst. Ansonsten haben wir ein Problem miteinander. Es läuft mehr, als man mitbekommt. Vertrau mir. Ich hab dir rein gar nichts zu sagen. Ich hab dir rein gar nichts zu sagen. Analysiere. Pam. Verarbeite. Unbekannte menschliche Person. Ihr Eintreffen war nicht vorgesehen. Was meinst du mit war nicht vorgesehen? Verarbeitung verbaler Eingaben vorübergehend nicht möglich. Verarbeitung läuft. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Pam. Prädiktive Analysemaschine. Arbeitest du für die Railroad? Ja. Meine Ziele und die Organisation Railroad weisen einen hohen Grad an Korrelation auf. Sie liefern Daten. Ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Aber mein Kommen hast du nicht vorhergesagt. Das ist korrekt. Vorsicht. Biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig. Unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Wie ungenau bist du denn? Je kleiner die Gruppe und je größer der Zeitraum, desto ungenauer werde ich. Aber alle Vorhersagen werden durch das menschliche Element beeinflusst. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Warum interessiert dich das? Wenn ich ihre Existenz nicht erklären kann, sind die prädiktiven Modelle eventuell zu einem noch höheren Grad ungenau. Ich wiederhole. Was ist ihr Ursprungsort? Ist eine lange Geschichte. Prozesse erreichen maximale Kapazität. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatik. Kolikkonversation bis zum Aufbau einer neuen Situation. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Dortmage. Schterlehre Nach dem, was du beim Switchboard getan hast, ist dir ein Platz bei der Railroad sicher, wenn du ihn willst. Ich habe im Moment kein Interesse daran, euch beizutreten. Verstehe. Das Angebot steht aber weiterhin. Komm schon, Boss. Du musst einfach unserer Gruppe beitreten. Verstehe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020